Hast du eine kreative Idee für ein Unternehmen? Oder bist du mit deiner innovativen Gründung bereits erfolgreich am Markt? Deine Begeisterung für deine Vision ist ansteckend? Mit viel Mut und Tatendrang stürzt du dich in die Umsetzung? Ob solo-selbstständig oder im Team. Ob QuereinsteigerIn, AutodidaktIn oder AkademikerIn. Wir suchen dich! Im Namen der Bundesregierung werden 32 Kultur- und KreativpilotInnen Deutschland ausgezeichnet. Als TitelträgerIn begleiten wir dich durch ein einjähriges Mentoring-Programm. Wir geben dir die nötige Unterstützung, um mit deiner Idee durchzustarten. Du wirst Teil des einzigartigen Innotiv-Netzwerkes und tauschst dich mit anderen kreativen Köpfen aus. Bewirb dich bis zum 30. Juni 2022 auf www.kultur-kreativpiloten.de